Spass Spass Skulöse Trainer finden's oftmal schöner, wenn sie heimlich lückeln, weiche Frauen fummeln, Männer um die zwanzig, lebens alt bis rotzig und am Spaß, Spaß, Spaß dabei. Bin ich zu groß oder klein? Was findest du fein? Bin ich zu dünn oder dick? Was findest du schick? Bin ich zu dünn oder dick? Was findest du schick? Und wie viel Frau, Frau, Frau darfst du sein? Viele wollen was Ernstes, wo ein anderer rennt. Andere wollen nur einen kurzen Online-Stand. Manche wollen's dominant und haben die Peitsche dabei, denn etwas Schlag, Schlag, Schlag muss sein. Nach circa zwei Wochen Tindern versteckt dein Handy vor Kindern, denn du hast tausend Kicks von männlichen Mäden. Du wirst geprüft und gewertet und machst dasselbe zurück und du hast Spaß, Spaß, Spaß dabei. Bin ich zu groß oder klein? Bin ich zu groß oder klein? Was findest du fein? Bin ich zu hart oder weich? Was wolltest du gleich? Bin ich zu dünn oder dick? Was findest du schick? Und wie viel Frau, Frau, Frau darfst du sein? Früher gingst du zur Bar im sexy Kleid mit tollsten Haar. Heute ist es kein Drama. Du reist auf. Im Pyjama. Im Pyjama. Im Pyjama. Am Sofa ist von dir zuhause. I'm sorry. Aber so sieht es auch aus. Bin ich zu groß oder klein? Was findest du fein? Bin ich zu hart oder weich? Was wolltest du gleich? Bin ich zu dünn oder dick? Was findest du schick? Und wie viel Frau, 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 Frau darfst du sein? Bin ich zu unoperiert und zu viel studiert? Schickst du auf blond oder brau? Was fragst du auf fern? Bist du für große Brust, für große Lust? Und wie viel Frau, 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 Frau darfst du sein? Und wie viel Frau, Frau, Frau darfst du sein? Ja! Wie viel Frau, Frau, Frau darfst du sein? Und wie viel Frau, Frau, Frau darfst du sein? Wie viele Frauen darfst du sein?